Wo fahren wir da? Uh, wir sind da. Warte, Moment, ich muss ausstecken. Bin ich ausgestiegen? Ja. Heißt, wir müssen hier runter. Da unten gibt's Fast Food. Fast Food! Okay, die brauchen Fast Food! Fast Food! Und Geldautomaten. Das ist so. Geldautomaten erst mal. Mit dem Geld kaufe ich mir jetzt Fast Food. So dick zu Meckes gehen. Ne, wir rutschen hier rein und... Ich hätte ne Cola gerne. Bitte. Schwäge ist immer Cola auch. Cola rockt. Rocks my socks. So. Okay, wir müssen nämlich jetzt... Warte. Genau, das Kontrollstum ist hier drüben. Da müssen wir an. Hm, hm, hm. Entweder wir laufen die 500 Meter, oder wir besorgen uns irgendwie ein Auto. Mhm. Irgendwie ein Auto fände ich ja doch schon cooler. Was gibt's denn hier cooles? Hallo. Ne Energy trinken hätte ich gerne. You want it? I got it. Hm, 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 hm. Ja, die trinken sind immer... Schlecht. Ich mag die nicht, ey. Die stinken immer so. Die stinken und... Und schmecken auch nicht noch. Lass mich schreien, ja? Gut, dass ich das geupdatet hab, weil jetzt... Nein, keine Musik! Boah, also ich würde ja mal so ein Pickup fahren. Wenn ich irgendwann mal einen Führerschein haben soll, ich möchte unbedingt mal so ein Pickup fahren. Oh, das muss sich ja anfühlen wie Porn einfach nur. Hört ihr diese Maschine, Alter? Hohoho. Hoho, Entschuldigung. Abkürzung. Aus dem Weg. Kili ist unterwegs. Kutsching. Guck mal kurz, wie hier rein kommen. Oh, ganz einfach. Guck mal. Muss einfach nur hier rein. Über diesen Herz. Ok. Das klingt auch nur so eine Plan. Oh, oh Gott. Oh, der Gott. Niemand. Oh, der Mann. Okay, mal kurz gucken her. Was ist das Ding, bitte oben? Du musst an die Kamera ran. Kamera! So, hier ist ein Typ. Da ist ein Typ. Dann machen wir das Ding mal auf. Keine Verstärkung, das ist schlecht. Da haben wir noch zwei Typen. Und dann müssen wir rein, oder was? Ich will die Tür zumachen. Ich will die Tür zumachen! Bitch. Wo muss ich überhaupt hin? Da unten muss ich. Das ist unmöglich! This shit's supposed to have five PLC. Sorry? Where did that come from? Where's that one? I'm sorry. Where the hell did he go? Shit. Alles gut. Oh shit. Okay, ich bin drin. Warte mal. Warte mal. Okay, und das... Nee, warte, wir müssen hoch. Wie kann man das hoch? Warte mal. Ja, dann haben wir das. Dann können wir das hier rüberrutschen. Machen wir es so. Und dann haben wir es. Dann sind wir drin. Was ist da hacken? Guck mal, wie er hackt, aber guckt er es an. Ist das unser Bad Boy, der hier hackt? Was macht denn die schönes? Prostituierte, okay. Super. Das ist so creepy. Das hätten wir doch wunderbar. Ach, da waren wir doch schon drin. Da müssen wir noch raus hier. Oh shit. Entschuldigung. Tut mir leid. I'm sorry. Sorry, bitches. Komm. Shit, ich darf doch keine Musik in den Weinen laufen lassen. Ja, da hast du mich über verpasst, Freund. Die sind ja hohe. Oh shit. Vielleicht sind sie doch nicht so hoch. Oh, die sind nicht so hohe. Shit. Oh. Ihr seid voll Arsch, ich wüsste das. Haut da rein. Au. Alter, ihr habt die Übeste gemacht. Was geht ab? Was geht ab, Kino? Problem ist, dass sie auch noch Auto fahren können, ja. Alter. Alter. Ihr könnt auch. Alter, was ist los hier? Das krieg ich auf die Auto mal drauf, oder? Aiden, los, gib Kubi! Aiden, Aiden, Aiden! Kubi, Brett! Oh, mein Auto, schrecklich! Auf zu schießen, du Wichser! Ich muss hier vorhin auf Geister vormachen, damit die Männischen daherkommen. Die kommen auf der anderen Seite, glaube ich. Die machen sich das einfach, die Wichser. Oh, ist das schrecklich! Guckt euch das an, Mann! Oh, 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 oh! Bitch! Oh, 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 bitch! Bitch! Ja, Freunde, das wirst wohl nicht, ja? Slow motion, bitch! Slow motion! Scheiße, was du tun? Oh, mein Auto ist fast... Mein Auto ist fast am Arsch! Hier, besser ist. Aber mein Auto kannst du an sich gar nicht übersehen. Ich meine ja nur mal. Ich meine, hey. Soll ich voraus aus dem Gebiet? Du kannst mich mal am Arsch lecken? Ja, okay. Stupid shit got away. Ja, bitch. Aber du kannst halt nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Warte mal. Kurz warten. Der ist verbunden mit dem Kontrollzentrum. Ja, genau. Ja, Junge, der wollte links abbiegen, hat nicht funktioniert. Das ist so ein Scheiß. Was gibt's hier? Geldautoman-Hack-Boost. Erhöht nochmal die Geldmenge, die man durchs Hacken verband konnte. Gegnerkommunikation stören oder Transformatoren. Was machen die denn? In der Kurzzeit mit seiner auszulösen Nacht hilft ihnen der folgenden Strom, was sie sich vergegnen, zu verstecken. Dampfleitung. Helikopter. Helikopter finde ich gut. Weil wir kennen das Problem mit dem scheiß Helikopter, ne? Verbessert der Helikopter. Für drei Sekunden ausgestattet. Hm, nee. Verbessert fahren abseits der Straßen. Verringt die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Hatte ich noch nie. Also wirklich noch nie. Noch nie, noch nie. So, Freunde, das ist die Sonne. Ne, Verbrecherkommol wollen wir nicht machen. Wir wollen nämlich jetzt eine Quest machen hier unten. Und dafür müssen wir jetzt erstmal irgendwie an die Straßenbahn kommen. Warte mal, wo sind wir denn? Wo bin ich? Ich bin da. Ich muss zurückfahren. Ich muss erstmal shoppen. Da brauchst du mal shoppen. Okay, die brauchen ja ab und zu mal was Neues im Gliderschrank. Von daher. Verbrecherkommol. Na, da brauchen wir grad nicht. Dankeschön. Sehr freundlich. Warte, meine Karre ist so am Arsch. Ich brauch erstmal eine neue. Ja, ich bin halt übelst gut, ihr Wichser. Aber wo ist denn das Geschäft? Da drüben. Schönen guten Tag. Ich will shoppen. Und shoppen. Hey, was ist denn? Oh, aber definitiv. Guck dir mal die Kacke an. Oh, das sieht doch geil aus mit dem Kreuz hier. Also das. Ne, ich will irgendwas Rotes haben. Gib mir was mit Rot. Oder so. Ich will was Rotes. Ich geh in die rote Sachen. Das ist ja meins, was das Hübscheste. Aber ich will dieses schöne Kreuz drauf haben. Das sieht cool aus. Aber mit Blau willigt das nicht. Jetzt zeig ich mal her. Ne, das find ich blöd. Denk ich. Ich denk, das find ich blöd. Was denn das Schickes? 2000. Oh, oder? Äh. Äh. Kitty ist nicht amused. Unzufrieden. Okay. Straßengeber. Tieflau. Urbane Chemie. Kitty, oh, dir geht nur für Klamotten raus. Guck dir das an. Schrecklich, ne? Dieses Vibe. Infiltrator sieht aber auch cool aus. Was nehmen wir denn jetzt schon? Infiltrator, vielleicht? Oh, shit! Scheu-Yong, tut mir leid. Ich hab's... 911, please state the nature of your emergency. All units, be advised. Squad is beginning. CTOS scan for suspect. Schlecht. Das wollte ich gar nicht. I'm sorry. Ich freu mich. Hab ich wieder tollen gekriegt. Hat Kitty wieder tollen gekriegt. Ja, Suspekt ist ja auch nicht, nicht durch. Vielleicht doch. Das war nicht Absicht. Über den Busch, Aiden. Oh, Aiden. Somebody check me out of the way. Aiden! Die war ein Busch, Aiden. Flucht erfolgreich. Tut mir leid, Luis. Es war nicht Absicht. Es war wirklich nicht Absicht. Ich muss jetzt dieses Auto mitnehmen. Tut mir leid, Luis. Okay. Nein, keine Musik. Das Copyright ist zu bitchig. Oh shit, Alter. Was hat denn der für eine Karte? Die ist viel zu schnell. Warte mal, wo muss ich hin? Ich muss... Oh. Oh. Ich bin auf richtigem Weg. Ich muss... Entschuldigung. Ich muss nur zur Straßenbahn. Entschuldigung. Straßenbahn. Oh shit. Oh, die Straßenbahn ist gerade da. Nein. Ich verpasste die Straßenbahn. Oh shit. Shit, Straßenbahn. Warte. Warte auf mich. Oh Gott, warte auf mich. Shit. Warte, Moment. Moment. Lass mich rein. Es hat sich gelohnt. So, Straßenbahn. Wir wollen hier hin. Bitte. Ja. Da wollen wir hin. Alter Falter. Ich hoffe, ich glaube ich niemals Auto fahren lassen. Nee, Gangvorsteck wollen wir gerade nicht machen. Dankeschön. So. Gibt es hier Fast Food für Kiri? Nee, natürlich nicht. Achso, ich habe hier noch so ein Zentrum. Hier muss noch ein Zentrum sein. Das habe ich doch schon falsch gestellt. Schräg. Pack die Waffe weg. Was ist denn er für ihn? Looking for a digital trip? Nee. I am sorry. Nee. Ich suche nach meiner, nach meiner Quest, Junge. Dem Homo, den meine Schwester hat, Alter. Der kriegt so auf den Arsch, den Jungen. Dem werde ich einfach mal sein Bein rausreißen und es im Rektal einführen. Einfach so, weil ich es kann. Na, vielleicht kann ich ihn das. Ich kann es nicht. Aber ich kann es. Achtung. Gut.